Ja, herzlich willkommen zu unserer heutigen zweiten und vorerst letzten Folge von Kulles Karlauern. Ich begrüße zu meiner Linken unsere ungarische Gulaschkanone Janetya Kapvi und zu meiner Rechten Miss Kopfballungeheuer Alex Popp. Ja, die Regeln sind, glaube ich, bekannt. Ihr habt die erste Folge gesehen, oder? Ja. Ihr habt hier zwei Gläser, jeder eins. Wir haben diesmal auch Wasser mit Kohlensäure genommen, damit es besser rauskommt. Ich hoffe, das Wasser reicht. So, wir reden jetzt hier nicht lang rum. Mund voll, aber schön voll. Seid ihr bereit? Was? So, Ruhe jetzt. Was wächst in der Erde und stinkt? Eine Furze. So, weiter im Text. Läuft schon mal besser als in der ersten Runde. So, mein Manuskript ist leider etwas. So, hoch die Tassen. Schwitzt du, oder? Oh, war wohl lecker. Wie nennt man ein helles Mammut? Hellmut. Was fängt mit Tee an und hört mit Nis auf? Perfektionsbedürfnis. Ihr habt irgendwas Versautes gedacht, ne? Woraus wurde das Haus von Jesus gebaut? Aus Jerusalem. Wie verbrennt man ganz schnell 900 Kalorien? Indem man die Pizza im Ofen vergisst. Frage an Siri. Wieso bin ich schon so lange Single? Siri öffnet die Frontkamera. Zwei Blinder am Kiosk. Einer niest laut, sagt der andere. Machen wir bitte auch ein Bier auf. Seid ihr aufnahmefähig, oder? Mhm. Du, Paul, ich habe mal eine Frage. Hast du jetzt endlich eine feste Freundin? Nein, immer noch die Wabblige. Also, bitte nach unten. Leute, ich ziehe das hier knallhart durch. Scheiße, oh. Also, scheiße, ey. Ja, jetzt ist es da. Jetzt ist es da. Welche Vögel hören nichts? Die Tauben. Welchen Salat essen Eskimos am liebsten? Heißbergsalat. Heißbergsalat. Haha. Ich war vorhin übrigens noch im Fitnessstudio, habe mich für ein Gerät interessiert und da eine Cola gezogen. Wie nennt man einen Matrosen, der sich nicht wäscht? Ein Meerschweinchen. Was macht ein schwuler Adler? Er fliegt zu seinem Horst. Sagt der Vater zum Sohn, wie, du hast eine Sechs in Deutsch? Hab doch geübt mit du. Scheiße ist, wenn der Furz was wiegt. Man kriegt dich mal wieder ein, weil dann sparen wir hier auch ein bisschen Wasser. So witzig war der doch gar nicht, oder? Okay, wir sind dann leider am Ende. Der Zettel ist zu Ende gelesen. Also ihr braucht das jetzt auch nicht weiter im Mund behalten. Ich glaube, das muss man auch wegpiepsen. Ja. Die eine lacht sich noch über die Furze kaputt. Die andere weiß gar nicht so richtig, warum sie lacht. Ja, wir verabschieden uns dann hier. Vielleicht sieht man sich irgendwann wieder. Bis dahin, wenn es wieder heißt, Pulles Kalauer. Alles klar. Bis zum nächsten Mal.